Ich möchte euch recht herzlich begrüssen zur Session der Dschungler Pull Request, mein erstes Mal. Kurz zu mir, ich bin Alain Moritz, ich bin Gründer der Digital Peak GmbH und mache Dschungler Extensions seit 2007. Ich werde da eineinhalb Jahre nach der Saatberuflich. Zur Agenda von heute, ich werde kurz einen Überblick geben, dann die Terme VMs, VirtualBoxen und Vagrant erklären. Dann erklären, wie man Dateien zwischen virtueller Maschine und Host-System einfach austauschen kann. Wir werden dann die Maschine starten. Kurze Einführungen zu Git und GitHub Basics geben. Dann wirklich eine Code-Änderung machen und dann auch soweit den Pull Request erfüllen, dass man dann nur noch auf den Create Pull Request Knopf klicken muss. Und am Schluss dann noch eine Fragerode. Was man braucht, ist sicher mal einen Computer, dann eine Software, um virtuelle Maschinen zu verwalten. Und zu empfehlen, ist eine IDE, um die Dateiänderungen zu machen. Und dann schlussendlich noch das Repository, wo man online die Code-Änderung nachverfolgen kann. Wir werden auf dem Host-System nichts mehr als die Software zum Erstellen von virtuellen Maschinen installieren und Vagrant. Und sonst alle, die Git und Composer und PHP und Web-Server und so, werden wir nicht unser Host-System damit dran. Wirklich, das läuft in der virtuellen Maschine als Server. Eine VM, weiss jemand nicht, was eine VM ist? Sonst können wir das kapieren. Eine VM ist eigentlich wie ein Computer auf einem Basis-Betriebssystem. Also man kann ein Betriebssystem haben, zum Beispiel Windows. Da drauf kann man eine Linux-VM haben, eine Mac-VM oder Solaris-VM. Und das sind auch, die Anzahl ist da, nicht gerade unbeschränkt, aber man kann da eine grosse Menge von VMs draufladen. Das sind dann wirklich die Ressourcen vom Computer selber, die das begrenzen. Aber sonst ist wirklich eine VM wie ein eigener Computer. Man kann über SSH sprechen oder wenn man Web-Server auch installiert hat, über eine URL im Browser. Das ist eigentlich wie wenn man einen zweiten Computer bei seinem Hauptcomputer hat. Eine VM braucht die Ressourcen vom Host-System, also so Netzwerk-Karten, RAM, Testplatten und so weiter. Das wird dann alles über die Applikation geregelt, die die VMs managet. Es gibt ein paar grössere Anbieter, also KVM, Xen und Wirtstuhlbox und Kingo, das sind Gratis-Applikationen, zum Teil Open-Source, nicht alle. Die man benutzen kann, die man nur ein Command-Line-Interface, andere haben ein GUI dazu. Der sicherlich grösste kommerzielle Anbieter ist die VMware. Und dann gibt es noch Hyper-V von Microsoft. Grundsätzlich auf dem Basisbetriebssystem ist eigentlich eine VM nichts mehr als eine Konfigurationsdatei. Also es gibt dann schon während dem laufenden Betrieb werden da noch Swap-Dateien angelegt, dass man die VMs schneller starten kann. Aber grundsätzlich braucht es eigentlich eine Konfiguration mit einem Datenverfahren. Margot? Du sagst, Hyper-V ist kommerziell, ist aber innerhalb von 10 professionell ist es eine Halbung. Also darum kommt man ins Bett. Genau, okay. Ja, ich bin eben nicht zufrieden. Ich bin eben nicht zufrieden. Ja, das ist gut. Danke, wo ich bin. Virtualbox ist, wie gesagt, einer der Anwender. Der hat, wenn man das installiert auf dem Host-System, dann hat man ein GUI dazu, wo man die virtuellen Maschinen verwalten kann. Man kann die starten und stoppen, trennen, verändern und so weiter und so fort. Es ist ein deutsches Produkt. Es wurde dann von Sun aufgekauft und Sun wurde von Oracle aufgekauft. Aber ich glaube, die Entwickler sind immer noch die von InnoTech, die da weiter daran arbeiten. Virtualbox läuft auf Linux und OSX und Windows und Solaris. Es gibt auch einen OpenBSD-Port. Also das bedeutet auch, die meisten Betriebssysteme werden damit abgekauft. Und es ist gratis, wie schon erwähnt, die Sourcen sind teilweise OpenSource, aber nicht alle. Noch zum letzten Term, Vagrant. Das ist eine Appetition, ein Commandline-Script. Vagrant ist ein Tool, das man mit einem Config-File den Setup der Maschine starten kann. Man kann dann die Maschine starten mit dieser Konfiguration. Wenn man sie re-startet, wird wieder sichergestellt, dass die Maschine der Konfiguration auch wirklich entspricht. Es gibt dann noch so Source-Configuration-Management-Tools wie Puppet oder Chef, wo man dann wirklich spezifisch sagen kann, in dem Setup von MySQL bestimmen kann oder in einer sonstigen Konfiguration. Aber grundsätzlich, Vagrant ist eigentlich um eine virtuelle Maschine, oder verwaltete virtuelle Maschine. Es ermöglicht einem, dass man die auch wieder sehr einfach neu herstellen kann. Also, wenn man zum Beispiel grössere Entwicklerteams hat, dann kann man ein entwickelndes Vagrant-File geben. Die können mit Vagrant-Lab können da die virtuelle Maschine starten. Sie hat sichergestellt, dass sie der Konfiguration entspricht, die das Entwicklerteam auch haben soll. Vagrant ermöglicht auch sehr einfach, die Dateien auszutauschen. Das ist von dem her komfortabel. Meistens hat man die Entwicklungsdateien, die sich lokal auf dem Host-System, in dem Ordner drin, die kann man dann sehr einfach in die VM reinmetten, dass die Daten klickbar sind. Wir werden das nachher noch sehen in der Live-Demonstration. Es gibt auch verschiedene Methoden, um diese Dateien zu synchronisieren. Bei dem NFS ist es sicher die performanteste, R-Sync und bei dem Windows-Shirt. Die Edits sind bidirektional. Also, wenn ich auf der VM eine Datei abändere, die ich auf das Host-System gemappt habe, dann ist die auch auf das Host-System verwendet. Also, wenn ich Fragen sind, ruhig melden. Kein Problem. Man muss ja nicht alles auf das Ende verschieben. Um eine Maschine zu starten, wenn wir eine Maschine für die Joomla-Entwicklung haben wollen, dann ist da von Joomla-Tools die Bagrand-Box zu empfehlen. Die hat eigentlich alles drauf, was man braucht. Sie kommt aus der Ubuntu 14, Server-Installation. Es gibt drauf, Composer, PHP, Apache, MySQL, ist alles wirklich voraufgesetzt und vorinstalliert. Man kann da auch einfach einen Ordner synchronisieren. Man muss da nur mit config.custom.yaml-Datei in dem Ordner anlegen, wo die Joomla-Box drinlaufen soll. Wie gesagt, um die Maschine zu starten, braucht man nur Bagrand- und Wirtschuhlbox auf dem Host-System. Für die beste Performance für den Notaiaustausch wird der NFS-Server empfohlen. Unter Linux ist das sehr einfach zu installieren. Windows weiss ich nicht. Und dann, um die Maschine wirklich zu starten, macht man zuerst ein Bagrand-Init. Das lädt von einem Online-Repository die Konfiguration herunter, die Joomla-Tools, von denen es vorbereitet hat. Und dann muss man eigentlich nur noch Bagrand abmachen und die Maschine sollte dann starten. Wenn wir das mal so demonstrieren. Das sieht man es. Ich werde es da noch ein bisschen grösser machen. So besser. Ich gebe mal da in den Porten. Joomla-Box. Ich habe jetzt da, weil das Herunterladen der VMs eine Zeit braucht, habe ich da schon eine vorbereitet. Da muss ich das Bagrand-Init nicht mehr ausführen. Dann kann ich da nur Bagrand abmachen und dann startet meine Maschine. Es wird ein Check gemacht, ob die Konfiguration noch up-to-date ist, mit dem, was auch der Online-Repository ist. Das ist von Pashi-Corp, ein Repository, das ähnlich wie Package ist, von der Composer, wo man da seine Konfiguration draufladen kann und dann können andere die verwenden. Wie gesagt, Joomla-Tools hat da schon eine für uns gemacht und ich verwende jetzt die da. Was ich jetzt kaum eingeben muss, ist mein Passwort, weil für das NFS-Mount muss man Root-Rechte haben. Und kann das z.B. auch meinem Computer zuhause, wo ich den meistens klicke, habe ich da im Chrome-Shop als Root-Angerichtete, wo das Skript startet. Da habe ich eigentlich immer jedes Mal einen Computer startet, komplett im Web-Series und komplett im Web-Series gestartet. Und sieht dann hier eben, er mappt da noch die Europa, er mappt da die Ordnung, er stellt das sonst noch ein paar, legt nach Inline-Skript und am Schluss wieder Apache nochmals gestartet. Wenn ich da jetzt auf die Web-Series sehe, sehe ich hier, das ist jetzt die Web-Series, hier im Dashboard geöffnet und ich habe dann gleich Zugriff auf phpMyAdmin, Mailcatcher, phpInfo und was auch immer ich tun. Rechts sehe ich meine installierten Instanzen, mit der Joomla-Version, die da drauf ist und dann kann ich da einfach, habe ich dann zugriff, zu den einzelnen Applikationen. SSH ist auch verfügbar. Passwort ist Vagrant und schon bin ich dann, und schon bin ich dann in der Box drin. Es gibt da noch so ein paar Finder-Member, also es sind keine Finder-Member, die in der Vagings, also da lokal nicht stehen, aber die können nicht erledigt werden. Dann bin ich dann gleich im Webroute-Verzeichnis des Web-Servers und kann da dann schön meine Web-Entwicklung starten. Das sind da soweit Fragen dazu. Wir machen soweit, bis wir dreimal den Down hoch haben, jetzt haben wir die erste Etappe geschafft. Der zweite Erfolg zugleich. GIP ist ein Werkzeug, um Source-Code-Verwaltung zu betreiben. Es ist zum einen ein Repository und zum anderen kann man mit Kommandozeilen-Applikationen darauf zugreifen, und da ist ein Code von Kommandozeilen-Applikationen. Es gibt ein paar größere Online-Repositories, wo man seinen Code online haben kann, damit den auch andere einsehen können. Es ist ja heute schon sehr verbreitet, dass man seine Sachen in der sogenannten Cloud hat. Auch Joomla hat das. Es gibt da auf GitHub, das ist einer der größten Git-Repository-Anbieter für Open-Source-Projekte. Joomla da auf Joomla-CNS hat es da sein Online-Repository, wo man die ganze Code-Änderung sieht und Releases, die gemacht werden, wo uns dann sonst die Pull-Requests und Issues und weitere Statistiken. Wenn wir jetzt ein Pull-Request machen wollen, dann können wir das nicht direkt mit Joomla-CNS machen. Wir müssen da immer einen Fork machen mit Joomla-CNS. Es gibt mittlerweile über 1300 Forks. Weil dann auch das Haupt-Repository, da können nur die Maintainer draufschreiben, weil es sonst zu gefährlich wäre, wenn da jeder seine Code ändert und was er denkt, dass in Joomla rein sein müsste, gleich ins Joomla schreiben können. Wie gesagt, wir arbeiten auf unserem Fork und wenn man die Fork macht, dann macht man Git-Clone von seinem Fork und nicht von dieser URL. Und dann hat man eigentlich seinen ganzen Source-Code von Joomla bei sich lokal auf der virtuellen Maschine. Es wird dann Joomla-CNS angelegt und schlussendlich, was ich noch ausführen muss, ist dann ein Branch-Wechsel. Standardmässig gibt es ein Branch-Konzept, wo auch jede Änderung auf dem Branch gemacht wird. Und wenn dann die Änderung für gut gefunden wird, wird sie in die Haupt-Branche. Und für Joomla ist das Staging, wird es da dann reingemenscht. Ich mache das mal auf der Konsole. Ich wechsle da in meinen Home-Ordner und dann habe ich da noch ein Projects. Und der ist jetzt gemappt dann auf dem Ordner, auf mein nächstes Ding. Ich sehe jetzt da ein paar verschiedene Orte meiner Entwicklungsumgebung. Und zum einen, dass die Generation ist. Ich habe jetzt da das Git-Clone-Kommando schon ausgeführt, weil das eine Zeit bräuchte. Und wenn ich da noch nicht wusste, wie gut das die Internetverbindung ist, habe ich das schon so vorbereitet. Dann wechsle ich da in den Ordner. Und dann zeigt es mir auch an, gleich im Git-Status, dass ich hier auf der Branch Staging bin. Und dann kann ich mit dem Kommando hier, mit dem Checkout-Kommando, kann ich dann einen neuen Branch anlegen, der auf der Staging-Branche basiert. Und da mache ich dann meine Änderung. Weil man muss eigentlich immer seine Änderungen in einer separaten Branch machen, weil man den Staging-Branche immer sauber halten will. und der dann von Zeit zu Zeit wird synchronisiert mit dem Jumla-Hunter-Pository. Wenn man den dann ausgecheckt hat, kann man dann noch so einen symbolischen Link anlegen, auf meiner V-End von meinem Ordner, von meinem Projects Ordner, in das WebRoot. Und dann können wir dann eine Jumla-Hunterstation machen. Ich kopiere mal hier das Kommando. Und wenn ich jetzt in meinem Browser dann hier CMS eingebe, dann kommt der Joomla-Installer. Und das ist jetzt eine Joomla-Installation, die von meinem Joomla-CMS-Ordner gemacht wird. Ich gebe nun da die Angaben an. Ich setze Benutzennamen und Passwort. In einem Fall ist das Admin und Admin. Gebe dann hier für die Datenbank-Konfiguration, kann ich da Root verwenden. Und das Passwort ist auch Root. Das ist standardmässig von Joomla-Tools gesetzt. Gebe da noch einen Namen. Gebe dann den Präfix, der nicht einfach ist. Und dann machen wir eine Joomla-Installation. Ich möchte mal zurückgreifen auf das ganze Gebe-Command-Zeilen-Magic. Wenn man eine IDE benutzt, zum Beispiel PSP-Storm, dann geht das alles über Google. Dann braucht man sich diese Magic nicht zu merken. Dann kann man das einfacher mit Google machen. Ja, ich werde das dann noch kurz erwähnen. Ich habe hier in meinem Vortrag gemacht, das halt mit dem Kommando-Zeit auch aufzuzeigen, dass man eigentlich alles an der Bienen drin kann. Aber das ist schon so. Mit der Google ist das viel komfortabler. Und was an der Google bis zur letzten Version, zumindest für PSP-Storm, unkomfortabel war, war das Rebasen seines lokalen Forks. Aber dazu hat PSP-Storm jetzt auch eine Funktion. Da kann man seinen Vorkan fort rebaschen und wieder synchronisieren. Und auch dann, das war, vor kurzem mussten wir da noch zur gewanderten Zeit zurückgreifen. Aber jetzt braucht man das auch nicht mehr. Okay. Und man kann auch direkt aus, bis zu einem Polreperce machen. Ah ja? Ja. Okay. Ja, eben. Es gibt da sehr... Es gibt immer mehrere Wege. Ja. Ich bin von Gitsch, bist du dann nicht zurecht gekommen? Ich habe Gipkracken genommen. Ja, eben. Es muss jeder ein bisschen seinen Weg finden, wie er das da für sich selbst bedürzt. Es wird auch im Nachhinein, gibt es noch einen Vortrag von Benjamin und Elisa, die zeigen das Ganze auch, und Polrequest auch ohne irgendwen ein Tool machen kann, aber rein auf der Webseite. Ja, dann haben wir die Installation. Was wir jetzt noch machen können, ist die Codeänderung. Und für das, das mache ich auch gerne auf meinem Host-System, auf dem Computer. Ich benutze Eclipse, ich bin noch, das ist noch aus meiner Vergangenheit, als Java-Entwickler. Die Achtziger haben angerufen, sie wollen ihre Alte hier zurück. Ja, wenn man sich an irgendetwas gewöhnt hat, dann ist es schwierig, die Angst zu kommen. Zum Beispiel können wir, das sieht man es, zum Beispiel können wir dann hier in, das Speichern, und dann, hier gehe ich auf die Seitenansicht, und sehe hier, dann meine Codeänderung. Einerseits fand ich, da müsste, Alert, das ist immer nur Alert-R, oder? Ich schreibe jetzt das im Plane-Putz-Trader. Ja, immer noch nicht besser. Ebenfalls habe ich hier eine Codeänderung gemacht, und die ist dann hier in der Datei ersichtlich. Man kann dann mit Git-Status sehen, was geändert wurde, und das zeigt dann hier, das sieht man fast nicht, das zeigt, jedenfalls zeigt es mir, dass diese Datei geändert wurde. Dieser Codeänderung ist natürlich sehr, gut. Das gibt Add dieser Datei. Jetzt sagt es hoffentlich grün. Ah ja. Das kann man ein bisschen sehen. Und dann zeigt es mir an, dass diese Datei dieser Codeänderung hinzugefügt wird, Und was wir jetzt nach dem Git add noch machen müssen, ist den Git commit. Es gibt da auch Shortcuts, oder eben über die ID geht es dann auch komfortabler. Aber mit Git commit ist in der old way. Und dann zeigt man auch wieder an, wann das eine Datei geändert wurde. Jeder Commit hat einen Hashwert und was der Name des Commits oder die Message des Commits ist. Das Ganze sehe ich jetzt auch in meiner ID. Hier drin ist jetzt hier die History anzeigen und ist dann auch da die Datei geändert wurde. Mit dem Code-Change drin gibt es mir dann die Frage. Das Ganze ist jetzt eigentlich lokal auf meiner VM passiert. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss die Code ändern und muss ich jetzt noch auf GitHub pushen, dass sie dann auch in meinem Fork drin ist. Das kann ich mit dem Git push-Kommando machen. Ich muss dann einen Benutzernamen und Passwort angeben und dann ist meine Änderung auf das Buch geschrieben. Es kommen dann ein paar Zahlen, die da auch poppen. Aber das Interessante ist für uns, sagt mir, dass eine neue Branche, my first pair auf meinem GitHub, ich habe jetzt dann ein Digital Peak Konto genommen, und habe auf dem Juma CMS das Digital Peak Konto so aufgeschrieben. Das ist die Frage. So, der zweite Down ist hoch, jetzt fehlt noch der dritte. Was wir jetzt machen können, ist, wir sehen da auf GitHub zwei Screenshots. Wir können jetzt sehen dann die Code-Änderung auf unserem Fork, auf dem Repository, und können von da her dann den Pull-Request eröffnen. Kurz zum Pull-Request. Da muss man einen Titel angeben und eine Beschreibung. Die soll nur aussagekräftig sein und die Beschreibung dann möglichst detailliert, nicht zu lange, aber zu detailliert, was der Pull-Request macht. Und was dann sehr wichtig ist, sind die Testing Instructions, die man da angeben muss. Weil umso einfacher und umso detaillierter man Testinstruktionen angeht, umso grösser ist die Chance, dass man da den Pull-Request gemerscht bekommt. Weil jeder Pull-Request, wenn der erstellt wird, werden da Units-Tests im Hintergrund gelaufen, durchgeführt, Code-Checks, sogar noch jetzt neuerdings JavaScript-Tests. Aber was das Wichtigste ist, zwei Leute müssen den Pull-Request bei sich lokal getestet haben, also die sogenannten Human-Tests. Und wenn man von denen zwei OKs hat, dann kann gemerscht werden. Und vorher wird kein Maintainer, wenn Pull-Request gemerscht ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo man dann wirklich entweder nur irgendwelche kommentare Deep-Cated-Kleinschreiten oder sonst Maintainer-Reviews hat. Also das Gros, die meisten Pull-Request werden nur gemerscht, wo man zwei erfolgreiche Human-Tests hat. Ich gehe hier auf die Webseite meines Forex. und sehe hier, wenn man in den letzten 15 Minuten etwas geändert hat, irgendeine Code-Einterung gemacht hat und zeigt da, geht aber automatisch auf meinem Fork an, dass da irgendetwas gepusht wurde. Und ich könnte direkt von dort her einen Pull-Request öffnen. Wenn das nicht angezeigt wird, dann gehe ich hier auf New Pull-Request. Und dann zeigt es mir das Basis-Repository an. Das ist in unserem Fall das Haupt-Jumla-Repository. Und der Branch, der ist standardmässig auf Staging gesetzt. Will ich jetzt ein neues Feature machen, dann gibt es immer für die nächste Miner-Version. Das wäre in unserem Fall 3.7 in diesen Branchen. Dann könnte ich den Pull-Request in diesen Branchen machen. Auf der rechten Seite sehe ich von welchem Impository aus. Das ist unser Fork und dann welcher Branche. Der ist auch standardmässig auf Staging gesetzt. Aber in unserem Fall haben wir das ja in einem My First Tear-Branche gemacht. Und dann wähle ich den aus und sehe hier dann gleich die Code-Änderung, die ich gemacht habe. Das soll mit grün angezeigt werden und mir den Brief angezeigt, was sich geändert hat. Wenn man eine grösse Änderung macht, mehrere Dateien an, dann werden hier schöne Dateien dann nacheinander aufgelistet. Es werden alle Commits angezeigt, die man gemacht hat. Wenn verschiedene Leute daran gearbeitet haben, haben die Contributors. Es gibt dann noch weitere Optionen. Man kann so quasi die View in einer anderen, die View in einer anderen Ansicht anschauen. Die Dateien gibt es dann links dazu. Aber wenn man grundsätzlich dann zufrieden ist, wird die Ansicht nach Monsterüberprüfung, kann man dann Create Pull Request klicken und es wird das Eingabefeld angezeigt, in dem man den Titel und die Beschreibung setzen kann. Vielfach ist es so, dass zuerst ein Issue eröffnet wird. Da kann man da die Issue-Nummer angeben und dann wird meistens das Issue geschlossen mit dem Kommentar, dass es jetzt einen offenen Pull Request zum Beheben des Issues gibt, dass man doch die weitere Kommunikation da ausführen soll. Eine Zusammenfassung der Änderungen, warum man denkt, dass diese Änderungen, die man gemacht hat, ins Jumla CMS kommen soll. Und dann, wie schon gesagt, Testinstruction. Das ist wirklich keine Auflistung. Ich erstelle einen Artikel da, gehe auf das Frontend, klicke dort. Das sollen wirklich so einfache Testinstruktionen sein. Und dann auch, wenn es vorhanden ist, und irgendwelche Dokumentationsänderungen. Und dann ist es soweit, dann könnte man hier auf Create Pull Request klicken. Und dann wird dann wirklich im Jumla CMS ein Pull Request erreichen. Ich werde das jetzt nicht machen, weil diese Änderung ist nicht wirklich gedacht, um ins Jumla einzukommen. Aber wenn man das macht, dann gibt es dann meistens nicht lange. Brian Thiemann gibt die Kommentare ab zum Pull Request. Ja, die Maintainer sind da wirklich sehr schnell, mit ihrer Meinung zum Pull Request kommt zu tun. Vielfach gibt es dann, wenn Code-Style Probleme sind, dass sie da dann helfen. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel mal, es gibt eben im Moment 240, über 200 offene Pull Requests. Da eben selber. Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich kann mal Custom Fields öffnen. Die Labels, gebe ich die an oder werden die vom Core angegeben? Ein paar werden da automatisch gesetzt. Ein paar werden die Maintain setzen. Im Maintain ist zum Beispiel das New Features. Oder wenn es dann ready to commit, wenn der Pull Request ready to commit ist, schreiben Sie da in den Kommentar und dann kommt ein Jumla Bot für das Label setzen. Und dann kann man hier so die Zusammenfassung der Änderungen, Testinstruktionen, und dann habe ich jetzt auch noch ein bisschen To-Do, was noch offen ist, was noch gemacht werden muss. Jetzt wollen wir es hochgeben, ja. Was? Jetzt wollen wir es noch ausdrücken. Was? Nein, ausdrücken, zurück. Ja, dann entsteht meistens eine Diskussion, wenn die Leute nicht einverstanden sind oder wenn man noch etwas ändern müsste oder so. Das sind dann hier alle Leute, die da mit geredet haben oder ihm etwas beigesteuert haben. Und wenn dann diese Pull Requests gemacht sind, dann sieht man dann hier, wie sie gemerkt werden. Ja, man kann dann noch die Ansicht erlauben, wenn sie gemerkt werden. Man hat dann wirklich einmal auf den Button geklickt und dann ist die Code dann drin. Unsere 3 Tauben sind hoch. Wir haben unseren ersten Pull Request erstellt. Kann ich auch schnell die feinen Loads machen und dann machen wir eine Frage. Ja, das ging noch zur vorletzten... Also du hast einen Pull Request gemacht. Aber meistens kommt ein Kommentar. Und dann musst du etwas ändern. Was sind die Strategien dazu? Haben wir vor zwei oder wie? Wenn ich etwas ändere, wie kommt das wieder einen Pull Request? Dann die Antwort. Aber für die Leute ist es sehr wichtig zu verstehen, wie das geht. Ja, das ist noch eine gute Frage. Oder gute Anmerkung. Man kann dann einfach weiter die Code-Änderung machen, in der ID, so wie ich sie gemacht habe. Und dann die wieder committen und pushen. Und dann, sobald man etwas auf der gleichen Branche, wo man den Pull Request eröffnet hat, also in unserem Fall wäre das MyFirstPair, wenn man da wieder etwas committet, wird der Pull Request aktualisiert und die Änderung ist dann der Pull Request. Es werden die Unit-Tests nochmals durchgeführt, die Code-Style-Tests. Bei grösseren Änderungen müssen dann auch zwei neue Human-Tests dazukommen. Das heisst, ich müsste einfach jeden Pull Request in die Folgereihe den eigenen Programm annehmen? Genau. Das ist der Anfängerfehler, den die meisten machen, also ich inklusive. Ja, weil man sonst Probleme hat, mit seiner Staging zu synchronisieren und dem Hauptgenerations. Wenn man zu Re-Dacing, das wäre ja da. Ja, ich glaube, ich will jetzt auch nicht zu gross zu tief in Git reingehen, weil das sind dann schon ein paar Pro. Man könnte mit Git alleine einen Talk filmen. Darum auch hier bei den Final Notes mein erster Kommentar. Die meisten Git-Commander kann man also wirklich mit der ID machen. Ich zeige das jetzt schnell in der ID. Bei Eclipse kann man da wirklich committen, man kann pushen, man kann Compare machen mit den verschiedenen Branchen, auf GitHub und was auch immer. Man kann Patches machen, Rebays, Reset. Also wirklich muss da nicht alle Kommandos auswählen. Also ich benutze die Kommandos eigentlich nur noch, auch wenn ich einen Forced Push machen muss, was man ja eigentlich nicht sollte. Aber sonst ist eigentlich das die Kommandozeile wirklich, wenn man ein bisschen rumhacken will. Den ganzen Setup. Den ganzen Setup benutze ich zum Beispiel auch für die Entwicklung meiner Extensions. Ich habe da die auch in meinem Ordner auf dem Host-System und verlinke die dann auf die VM und in der HTML-Institution im WebRoot. Nach dieser Präsentation wird es von Benjamin und Elisa eine Präsentation, wo man Pull-Request erstellen kann ohne Konsole. Das wäre jetzt wirklich gedacht, wenn man eben grössere Änderungen machen kann oder machen will, wie über Mehrwertdateien weggehen. Und es ist dann schon ein bisschen umständlich das Ganze nur mit dem WebRoot-Request. Gut, dann sind Fragen. Hau alle schlafen. Eine kleine Anmerkung, mir ging das, wie man jetzt von seinem Ford das in seine virtuelle Maschine bringt, der Teil in Summe zu stellen. Aber ich glaube auch nicht, dass man das jetzt noch überholen muss. Diese Box von Joomla Tools, die ist sehr gut dokumentiert. Da gibt es tatsächlich auch eine Dokumentation zu. Schau da mal rein, da ist auch der Teil noch mal drin. Okay. Ja, also, schlussendlich, dass das Kommando, das ist eigentlich nur ein Kommando, wenn man die Sourcen von so einem Fork auf die Wien redet. Das ist ein Weed-Clone-Kommando, da muss man die URL angehen. Das ist eine gute Art, weil wir jetzt ja, wir gehen das ja schon vor, auf dem Verständnisproblem. Ja, wie kann ich das sonst mal mit der ganzen... Faktik doch der Joomla. Die Post soll zu fallen, oder was meinst du? Ich meine, die ersten zwei Schritte hätten für mich im Ablauf einfach in Summe langsamer sein müssen. Mich hätte es interessiert, was zu tun in Summe, aber, äh, ja, ich komme nicht von 0 auf 100. Ja. Nein, nein, ich weiss, GitHub und sowas, wenn ich gut bin, gut, aber, äh, aber diese Wörter Maschinen und diese Geschichten sind dann, äh, für mich einfach unbekannt. Also, einfach gleich einschreiben. Ja, ich werde da sicher dann, also die Präsentation auch noch online schauen, aber wir können mit dem Rest der Konferenz noch hier, dann können wir das gerne, äh, auch noch mal zu sprechen. Ähm, ob es sonst noch Fragen gibt? Gut, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich wünsche noch einen schönen Dschungler-Tag. Applaus 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 Applaus